Hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video mit dem Lars Bechter! Hallöchen! Heute testen wir wieder Produkte! Toxic Face Leute! Wieder die... ...sauren Candy! Ja Leute! Für die Ultra Brau-Sorten! Wir haben Lemon! Ähm... Ähm... ...Apple! Wir haben Blueberry! Ja Blueberry ist meins! Wir haben... Cherry? Watermelon? Ich nehme Black Cherry! Ja Leute! Black Cherry! Ja! Machst du meins auch? Das ist einfach zu öffnen! Boah! Wie sieht das wieder drin? Leute! Guckt mal wie groß das ist! Leute! Das ist diesmal richtig ein Bonbon! Leute wissen doch bei der letzten Folge, wie klein er war! Das ist jetzt ganz groß! Das ist diesmal auch kein... Soll ich kauen? Muss man ihn runter schlucken? Na ja! Musst du aufmkauen! Hier! Blau! Blueberry! Ich wollte Black Cherry! Jetzt habe ich Watermelon! Äh... Ja! Na! Cut! 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 Okay! Bis gleich! Leute! Da haben wir wieder! Und wir haben... Da haben wir den Fortnite Schildtrank! Ja Leute! Wir haben es wieder! Der ist echt lecker! Also ihr müsst natürlich kalt trinken! Aber dann schmeckt der echt gut! Leute! Bomba! Ja Leute! Diesen vorhin der Schildtrank! Der ist immer noch top! Leute! Wir haben jetzt wieder ein grande Finale! Ja Leute! Das wird hochspeziell! Das ist einfach mega! Ja! Und das ist mega gut! Ja! Und vor allem lecker nach diesem komischen... Ja Leute! Das hier! Sollte Black Cherry sein! Sollte Black Cherry sein! War aber Watermelon! Ja! Nochmal Cut! Okay! Bis gleich! So Leute! Wir haben ein Produkt! In Berlin bekommen! Ein chinesisches Produkt! Fanta nachmache! Chinesisch! In Sorte... Shishou Shou! Apfel glaube ich! Ich würde sagen... Ähm... Aber wir... Gucken mal! Ja! Was haben die für Deckel? Zumindest auch! Ohne! 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 Leute! Ohne! 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 Das ist ein Wunder! Der Geschmack ist auch ein schlechtes Wunder! Er ist schlecht! Das riecht nach Putzmittel. Es schmeckt nach Putzmittel. Es ist Pfirsichgeschmack, aber voll eklig. Pfirsich? Ja. Aber mega eklig. Und darauf Bomber. Also echt eklig. Bist du ein Schluck Bomber? Nee, erst mal nicht. Wir sehen uns beim Grande Finale. Das ist soweit, das Grande Finale. Der goldene Schildtrank! Ja, Leute! Gold! Auch Bomber! Bin mal gespannt, nach was das schmeckt. Hier, Leute! Seid ihr bereit! Riecht doof. Ja, Leute! Das ist gold. Aber es schmeckt gut. Ah, das riecht, ne? Ich kenn den Geruch. Wie immer. Ja, das ist auch erst mal Bomber. Ja, ich würd sagen, ähnlich wie Red Bull. Bisschen eklig. Also, Red Bull ist jetzt auch eklig, aber schmeckt auch ähnlich wie Red Bull. Trink ich die gerade Red Bull oder was? Na, das hier schmeckt zumindest so. Ja, Leute. Das hier. Power. Das hier. Nee, nicht kaufen. Das hier. Das schmeckt für mich eher wie Red Bull und das für mich mehr wie Powerite. Mit Sprudel. Ja, und das schmeckt viel, viel besser. Ja. Gut, Leute. So, dann... Ja, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich dann wieder. Nicht in Berlin mehr. Und vielleicht dann auch wieder bei einem Projekt. Ja, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das gleiche Abo auf Fahrzeug. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.